Jetzt wechsle ich kurz die Kameraansicht. Wie gesagt, ihr habt Kartoffeln gekocht. Fisch habe ich ein bisschen verhedelt mit zwei Äpfeln, die ich hatte. Eine Kartoffel geht noch. Perfekt, ein bisschen Salz habe ich immer hier oben in der Küche. Perfekt. Dann hier zwei, drei, vier Stück Fisch. Hier oben drauf ein bisschen Soße. Deswegen habe ich ein bisschen Milch genommen. Ein bisschen flüssiger. So werde ich mir das dann gleich schmecken lassen. Also Kartoffeln und Fisch. Perfekt. Das reicht jetzt auch so. Das kommt einfach bei mir in den Kühlschrank. Und das esse ich dann morgen nochmal. Bolognese Soße habe ich noch zu Hause, hinten in der Ecke. Cola. Ein bisschen Presskopf hier noch. Bettwurst. Vegetarische Bolognese Soße und Tomatensoße. Kasschen Wurst. Alles da. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich schnappe mir ein Messer. Eine Gabel. Nehme ich den Löffel noch. Habe ich noch einen Löffel. Milch wieder von Bärenmarke. Die gute. 1,20 Euro angebaut. Sonst hätte ich die wohl nicht gekauft. Dann sind wir die günstigste. Also die Haarmilch über die Vollmilch. Und das werde ich mir jetzt hier schmecken lassen. So. Perfekt. Und das Wohnzimmer. Und dann geht Netflix anbacht. Und in den genauen Filmen geguckt. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ist glaube ich heute Samstag. Und ja. Man sieht sich.